Einer weg, zwei weg, zwei weg Yo Leute, wir sind mal wieder bei Dead Space. Ja, wir haben gerade das riesen Viech getötet, die ihr aus der letzten Folge kennt, jetzt machen wir hier gleich weiter Müssen wir irgendwie hier... Gehen wir mal nach Ebene 3. Nein, da sind wir... Ja, auf Ebene 2, wenn wir auf Ebene 3 sind, ne? Und deswegen hängen wir noch gleich ein bisschen was dran Ja, passt Dann haben wir schon ein bisschen was Oh, das hört sich gut an Ich will hier nicht raus Oh, schon wieder so ein hässlicher Oh, da sind sie schon Da kommen sie schon angebrochen Oh, meine Fresse Mach ihn weg Ja, gib ihm So Ich hasse diesen elendigen Typen Dass ich den Typen hasse Sagst du, da wär rein Oh, da gibt's ein Maket Da kommen wir ein bisschen äh, Waffen Was haben wir denn denn... Was haben wir denn im Imitar Ja, okay Was haben wir denn, Stase Oh, ja, kann man wieder verkaufen Brauch ich so viele, gar nicht Zwei verkaufen wir Zwei Mistmachern Brennstoffzelle Ja, verkaufen wir Plasma-Kater-Infus Ich brauch Plasma-Energie Ja So, und eine Energieknoten Sicher ist sicher So Gut, ich hätte noch ein bisschen Plasma-Energie kaufen können, aber Ich habe jetzt wieder ein paar Schuss Bitte ist richtig Jump mal durch Da ist nichts Töten bevor Nein Bevor er die Dinger spawnt Die hässlichen Sind alle hässlich Meine Güte Ah, ne Hätte ich gar nicht speichern brauchen Ja gut Die nächste Mission erwartet uns Die Mission war uns einfach Jawohl Jawohl Kapitel 8 Bände Kapitel 9 Die müssen wir schaffen das vom Schiff runter Hoffen wir es mal Ja Ja gut, das hätten wir aber jemand sagen können, dass das Ding jetzt hier fertig ist Dann hätte ich nicht speichern brauchen eben Egal Ziehen sie auf kleberäum zusätzliche schaden so zu fügen Jetzt gehen wir hier hinten hin Tod bei ankunft Ja Das war halt Pech von denen, dass sie die Rettungskapsel gefunden haben Ich habe gerade den Munitionsbericht der Mailer gefunden Ich glaube nicht, dass ihre Anwesenheit hier ein Zufall war Sie sind auf keine Aufklärungsmission oder Patrouille Sie sind bis an die Zähne bewaffnet wie für einen Blick Verstehen sie, was ich sage? Ja, verstehe ich Klar und deutlich Eisbeck, ich habe ihn schon wieder verloren Kein Signal von Hammons Rick Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das Jawohl, mache ich, Chef Aber ich vermute nämlich auch, dass die hergeschickt worden sind, um das zu untersuchen, was sie hier gefunden haben Plasma Energie Ja, gut, hier auch her Solale Was haben wir hier noch? Luft Also ich vermute, ich muss jetzt durch die Schwerelosigkeit und Weltraum gehen Sind da? Eine der Bombenwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt Oh Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst Schleuse öffnen Ah so Einer weg Zwei weg Zwei weg Aber ich denke, wenn ich das Ding aufmache, wird es hier noch richtig bumsgefährlich Habt ihr mal sechs Schüsse verfallert? So Habt ihr mal sechs Schüsse verfallert? Aber davon hab ich so einen kleinen grünen Gnom gesehen, grün ist er nicht, aber er ist klein Wo ist er hin? Stirb doch jetzt endlich Oh, da ist eine kleine grüne Kugel Radioaktives Material entfernt Aua Oh Gott Jetzt kommen sie aber Und wollen es wissen Und wollen es wissen Ja, du hast nur noch 30 Sekunden Luft Das macht mir keinen so einen Schiss Jetzt wird's gleich ersticken Nimm halt mit, gib Geld So Radioaktives Material entfernt Radioaktives Material entfernt Haben wir noch eine Gugel? Ist da noch eine Bobble? Oder sogar noch zwei Bobble Radioaktives Material entfernt Shit Oh oh Wo ist er? So So Ja, Leute Jetzt die letzte Bobble noch weg Na ja Wollen wir erstmal Geschwind Sauerstoff Und dann machen wir die Bobble weg Da gibt mir Gehörig auf den Keks So So Ähm Jetzt müssen wir hier Hier hin Wenn das geht Ah, geht Ähm Kurzer Cut, Leute Kurzer Cut Stopp Sorry Leute Für den kurzen Cut Jetzt geht's weiter Ähm Irgendwo ist hier noch was Irgendwo ist hier noch was Ah, da ist noch eine Ähm Kugel Wohin Achso, da hin Radioaktives Material entfernt Radioaktives Material entfernt Das könnte werden, dass es knapp wird Ähm Ähm Dann kann man weitermachen Oh Das hat mich ein bisschen alt verstrahlt Kann das sein? Ach, holen wir die zwei kleinen rein So Und jetzt, wie krieg ich das Loch zu? Gute Frage Hm Das Ding ist halt dicht jetzt Gut, dann muss ich hier wieder raus Erstmal da hin Erstmal da hin So 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 Juhu, Aufgabe erfüllt Jetzt weiß aber leider nicht, wollen wir nicht Öffnen Ah Jetzt kommt die Druckschleuse wieder Oh nö Da habe ich schon einen gesehen Aber wenn die bewaffnet sind, haben die Munition für mich Das Turn, nachdem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen So Juhu, die Ähm Ich weiß gar nicht, wie lange ich Pause gemacht habe, kurz Was Speichern Speichern Äh, sieht man die Uhrzeit? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht, dass diese Infektion stellt irgendetwas seltsames mit den Soldaten an Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Staseeinheit und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden, verdammt schnell, also vorsicht Hä Super schneller Ah, das ist ein Puzzle Nö So nicht Ah, das ist noch ein kleines Kleines Spielchen Kann ich nicht ziehen Oh Gott So Nein Hier fangs Hier Lang Genau Du nach hinten Du nach vorne Dass ich da durchkomme So ungefähr Und jetzt Du da lang So, weil ich dich da eben weggeschoben habe Passt das Und sie So Wir haben so kleine Scheiß Oh, die leben hier noch Alter, wie kann der noch leben? Alter, wie kann der auch noch leben? Alter, wie kann der auch noch leben? Fuck Aber an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter Und dann sehen wir uns auch wieder, ob man das hier hinkriegt Die sind deutlich stärker als die letzten Und deswegen machen wir da nächstes Mal weiter Und Und Ja Und tschö Und Und Untertitelung des ZDF, 2020